ja hallo liebe messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal in diesem video soll es ja noch mal um eine ganz kurze vorstellung beziehungsweise um eine empfehlung gehen um eine empfehlung einer messermarke ich habe nämlich vor ein paar tagen wochen die wochen ist vielleicht ein anderthalb wochen habe ich ein video gesehen vom karsten vom kanal sind der carsten hatte ein video hochgeladen wo er preiswerte alternativen zu teuren französischen klassischen taschenmessern vorgestellt hat ja das video fand ich sehr interessant aber ein paar nette sachen dabei ein paar nette empfehlungen für französische oder messer aus französischer fertigung für die ihr eben keine 34 500 euro hinblättern müsst sondern die hier für einen sehr schmalen preis bekommen könnt und als ich dieses video gesehen habe da musste ich unweigerlich an meine ja ich muss es so sagen frühere sammlung klassischer französischer taschenmesser denken die war ich will nicht sagen groß aber ich hatte doch schon so meine 25 30 modelle würde ich sagen ich habe viele von denen im laufe der jahre verkauft 1 2 auch verschenkt ja einfach weil mich das nicht mehr so gereizt hat jetzt gar nicht den das klassische taschenmesser an sich sondern tatsächlich er die französischen taschenmesser da kam dann irgendwie neues aus italien weiter zum beispiel lion steel mit mit hochmodernen materialien trotzdem im klassischen design das hat mich dann irgendwie mehr gefangen aber ich wollte euch einfach noch mal von dem was übrig geblieben ist von meinen französischen messern noch mal eine firma auch vielleicht noch mal ein hinblick zu carstens video noch mal ganz besonders ans herz legen und zwar ist es die firma wo sabo wo sabo firma beziehungsweise ein hersteller der in tiere ansässig ist glaubt seit 1870 oder 1870 gegründet wurde und seitdem messer besonders regionale französische taschenmesser produziert inzwischen auch küchenmesser und und andere küchenhelfer steak messer und etc so wie das halt viele viele andere französische hersteller auch machen müssen weil einfach der absatz auf dem normalen messermarkt nicht mehr reicht ja und die firma os sabo die produzieren hauptsächlich in handarbeit sie selber sagen über sich dass sie sowohl althergebrachte fertigungstechniken als auch moderne fertigungstechniken versuchen zu kombinieren zu vereinen und dass ihre messer aber trotzdem größtenteils handgemacht sind und sie daher nicht mithalten können und auch nicht wollen mit hoch präzisen maschinellen fertigungen wie man das zum beispiel von chinesischen herstellern kennt ja und ich will euch heute mal drei messer zeigen die wie ich finde immer noch im bezahlbaren rahmen liegen je nachdem wo ihr da schaut ich werde euch auch in der video beschreibung ein paar adressen geben wo ihr da mal gucken könnt und fangen wir an mit diesem modell hier das nennt sich le tonneau sehr schöne klinge schiebsfut wir haben den xc 75 stahl also einen kohlenstoff stahl das messer ist wunderbar fein ausgeschliffen ich kann euch gar nicht genau sagen ob das horn ist ich habe mal vor vielen jahren ein video dazu gemacht auf meinem kanal müsst ihr mal reinschauen da glaube ich sage ich auch was das für material ist ich kann es euch wie gesagt tatsächlich nicht genau sagen dennoch ein sehr schönes messer sehr klassisches design und das liegt ich habe mal geschaut im netz diese version habe ich nicht mehr gefunden aber andere mit buchsbaum beschalung zum beispiel auch mit korkenzieher die liegen so zwischen 50 und 70 euro je nachdem was es für eine ausführung ist und das für ein größtenteils handgemachtes französisches taschenmesser in einem wirklich schönen design das finde ich schon einen sehr annehmbaren preis auch ein sehr schönes modell ist das alsacien das klassische region messer aus dem elsaß hier mit wacholderholz griffbeschalung und korkenzieher auch mit einem xc 75 stahl hier steht noch mal drauf lissabot france da habt ihr das stahlmarking sehr sehr schönes fest beimesser eignet sich wunderbar und das hat trotzdem ich es schon so viele jahre habe immer noch nach diesen wunderbaren wacholder geruch dieses pfeffrige würzige da müsst ihr zum beispiel mal bei brandnass homestyle schauen die brandnass die haben von lissabot auch einige messer am angebot es waren mal mehr dieses modell ist unter anderem auch dabei auch in verschiedenen ausführungen mit verschiedenen griffbeschalung und ich glaube das günstigste modell liegt irgendwo so knapp über 50 euro vielleicht auch knapp 60 irgendwo zwischen 50 und 60 euro und das finde ich auch einen sehr angemessenen preis für so ein wunderbares messer und das dritte was ich euch zeigen möchte das ist eigentlich mein lieblingsmesser von den osabot messern das ist ein layol messer ein layol prestige alle osabot messer mit diesem schönen holzschuh auf der klinge das jetzt hier eine version mit 12c 27 centwick stahl also ein rostfreier stahl das sind beides rosten des stähle hier muss man halt ein bisschen pflegen ich habe das einst für um die 60 vielleicht auch knapp drüber drei 64 euro mal erworben bei einem ja ich glaube bei der größten handelsplattform der welt da könnt ihr auch mal reinschauen die haben auch immer wieder mal sachen von osabot im angebot ansonsten checkt ihr einfach mal das netz die sind deutlich teurer geworden das muss man leider sagen die layol prestige die liegen jetzt bei 80 euro und höher aber wenn ihr so ein ding für 80 oder sagen wir mal für für knapp unter 80 euro findet und wenn es 79 90 sind da macht ihr nichts falsch da kriegt ihr ein wunderbares wunderbares französisches taschenmesser eigentlich den klassiker schlechthin und eben keine billige kopie wie sie im netz zu 100 millionen angeboten werden sondern tatsächlich ein echtes layol made in france vielen handarbeit mit dem anständigen stahl sehr ordentlichen verarbeitung wie das eben bei handgemachten messern so ist da ist nicht alles perfekt aber genau das macht sie eben aus ja osabo müsst ihr auf jeden fall mal auschecken die marke auch bei messer und co zum beispiel der dirk wanger hat auch einige von den modellen im angebot ja wie gesagt brandner's home style da könnt ihr auch mal reinschauen wie gesagt ich verlinke euch ein paar bezugsquellen zu dieser marke in der video beschreibung und wie gesagt da macht ihr nichts mit falsch das ist eine eine sehr solide marke wirklich 100 prozent hergestellt in frankreich mit vernünftigen materialien und einer sehr großen auswahl was griff beschalungen angeht was vor allen den die region frankreichs also die regionalen messer angeht da hat osabo sehr viel am start ja das war es auch schon wieder beim daumen nach oben freue ich mich über ein abo freue ich mich über ein kommentar freue ich mich natürlich auch und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen vielen dank fürs reinschauen und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal